Grüß euch Leute, jausel Kurt für mich und für den Alex. Let's go, das Taxi wartet schon. Ja, auf geht's wieder mit dem Milch-Zara, mit dem Milch-Lkw auf die Autobahn und Richtung Hartberg. Ich war St. Johann an der Heide und dann waren wir eh schon in Hartberg. So jetzt noch bei der Burg Talberg vorbei und auf hier auf den Berg. Jetzt wird einmal der Hänger zwischengepackt, also abhängen und dann geht's ohne Anhänger weiter. Auf geht's zu den ersten Bauern. Ja, als Milch-Zara hast du halt nicht immer die perfekten Straßenländer, da kannst du mal enger zugehen oder unwegsam sein. So, ein paar Tanks abpumpt und dann habe ich selber mal Hand anlegen dürfen. Ja, muss ich sagen, war echt lustig. So, jetzt seht ihr mal den Milch-Lkw, wenn er rückwärts rein schiebt. Ja, es ist halt oft wirklich rückwärts rein zu schieben, weil es eben leider oft nicht anders möglich ist, dass du nachher eben mit der Absaugestell richtig zu bekommst. So, aber jetzt müssen wir weiter zum nächsten Bauernpaar, du furgt, da wünsche ich euch was grüß euch.